Ich grüße euch aus Havanna und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Wir sind immer noch unterwegs mit unserem Freund. Ja wir gucken gerade mal so ein bisschen durch die Gegentür rum und sind immer noch dabei sind immer noch dabei unsere Aufsichtspunkte zu synchronisieren. Ja ganz wichtig sind hier ist uns der nächste den wir uns holen ist alles relativ nah beieinander hier wäre eine weitere Shanty. Wollen wir das nicht? Warte mal. Ich hab mir noch gelacht oder ich muss jetzt gerade mal gucken. Ah da oben geht es weiter. Ich frage was kriege ich das jetzt hin? Ja mal ich hab ihn. Ist natürlich jetzt nicht immer alles unser Hauptziel. Also wie gesagt erst mal ganz ganz wichtig diese Running Downs to Cuba. Okay haben wir also ein Shanty gefunden. Sieben Stück. Gibt es insgesamt in dieser Stadt? Oh warte mal. Eine Kiste. Die Frage ist wo ist denn die? Ah gehen wir nicht am Weg. Hier ist eine. 1.000 Real. Die haben wir schon mal. Wir werden uns auch noch eine ganze Weile hier in Kuba aufhalten. Nur so nebenbei. Wie gesagt wir werden versuchen hier alle Missionen zu machen. Oh das war keine Absicht. Wir müssen da erstmal gucken dass wir da hochkommen halbwegs. Aber warum sprichst du eigentlich immer durch die Gegend? Warum sprichst du da runter mein Freund? Warum? Hä? 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 Ich will da gar nicht ran. Ich will da hoch. So. Haben wir das auch. Die Truhe ist da vorne irgendwo. Scheinbar. Ja hier unten in der Ecke ist. Nehmen wir es auch mal mit. Nummer 2. So. Ich will natürlich gucken dass wir alles kriegen was wir hier haben. So. Ach gehen wir doch hoch. Kann man denn gar nicht hoch? Warte mal. So. Ich guck gerade. Ist da irgendwo eine Möglichkeit da aber richtig? Äh. Das war jetzt nicht mal ansichtig. Okay. Mal gucken. Wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Oh. Okay. Dann gehts weiter. Na weil ich nebenbei auch springen glaube ich gehe dann passiert auch nichts. Dann springt der eher runter. So. So. Ich gehst mal da drauf damit du synchronisieren kannst. So. Äh. Das ist Nummer 5. So. Nummer 5. So. Gucken wir mal. Nächster Punkt. Punkt Nummer 6 brauchen wir jetzt. Wir stehen jetzt hier. Und es fehlt noch hier oben. Da oben. Äh. Warte mal. Was ist denn jetzt als nächstes dran? Das heißt ich glaube er wäre der Punkt am sinnvollsten jetzt gerade. Weil der noch am nächsten ist. Der ist mit im Sperrgebiet. Gut. Ich glaube das sind die alle nur noch ne? Ja. Ne. Sind sie nicht. Drei sind es noch. Gut. Dann werden wir als nächstes uns diesen Bruder oben holen. Also ich werde die Folgen alle so um die 20 bis 25 Minuten setzen. Das ist zumindest mal meine mein Ziel. Was hinkriegen und gucken. Wie weit war. Wie ich auch Bock drauf hab auf das Spiel. Muss ich sagen. Also momentan läuft es auf jeden Fall. Und ich hab ja. Wir haben ja noch nie viel gemacht aber. Äh. Ja. Da ist wieder ein Shanty. Warum? Oh. Das war jetzt keine Absicht. Nein. Nein. Du sollst doch jetzt nicht. Ach. Ernsthaft jetzt. Ist das jetzt runter gefallen oder was? Warte mal. Ich warte auf dich mein Freund. Warte mal. Na. Flinde dich. Du bist kaputt. Aber. Na. Da unten wäre ich nicht so drüber. Nun. Na. Da. Du hast ein Säbel. Okay. Jetzt haben wir das Ich will eigentlich nur Tschüss Und da ist die Truhe irgendwo Warte mal Die ist unten Soviel zum Thema Kaum Aufmerksamkeit nach Regen Was sind die? Was ist die Truhe? Ich höre sie doch Also das ist es halt Ich sag halt Ich höre sie doch Nehmen wir sie mit 337 Real Tor Nummer 3 Der Shetty ist natürlich jetzt weg Das war eigentlich ursprünglich der Plan an der Sache Egal Alles gut So Miete Ganze Wenn ich jetzt erkannt was das ist Tschüss Aber nochmal die Frage Was ist Wenn ich alle Soldaten hier in der Stadt ausschalte Sind die dann alle down? Also sind die alle weg Oder kommt da jetzt noch irgendwas Kommt dann immer wieder nach Also das Wort da bist du was da Oh das ist ein Schild Das ist ein Schild Das ist ein Schild Oder Jawohl Ich hab ihn Nummer 2 Die Spanisch Ladies So holen wir uns den nächsten Aussichtspunkt da oben Das ist natürlich toll toll Wenn ich da jetzt Komm ich da jetzt ran Ich kann ja kaum über die Dings hochklettern oder? Das ist natürlich toll Super Das sind 3 Stück jetzt drauf Da ist noch 2 Die kriegt doch ständig beide oder? Doch Oh das war Na gut Das war jetzt eigentlich nicht der Plan der Sache Aber gut Aber gut Ich könnte die 3 mehr so holen Ja gut Da wären 3 Aber ich lasse mal jetzt in Ruhe gerade Komm ich da jetzt hoch Ne Komm ich da Gute Idee wäre Warte mal Stimmt da Oder komm ich da ran Warte mal Oh, der wäre übrigens eine Truhe, die ich jetzt durch Zufall entdeckt habe. Im Manuskript. Wir hätten eins von sieben Geheimnissen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ich weiß nicht, ob ich es nicht war. Ah, nein. Ich muss ja nicht, ob wir jetzt wieder ran, oder nicht? Da ist eine weitere Truhe. Jetzt werden wir schon wieder an so ein Geheimnis, oder? Na, jetzt sind wir nur 4 von 20 Truhen. Wie komme ich an diesen scheiß Turm ran, ne? Das ist die große Frage. Ja, Moment, ich muss da irgendwie gucken. Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Das war eben, der habe ich jetzt nicht gesehen. das war kann ich das ding jetzt so einfach das ist doch so krass wenn ich jetzt einfach das ding das lager auseinander nehmen das ist schon heftig ich habe keine dings mehr keine ja zu heftig wenn ich jetzt anfangen würde hier alles auseinanderziehen also scheinbar komme ich jetzt gerade nicht anders anders links rein da sie 19 freunde so kann ich dir jetzt mal kurz eben plündern hier die jungs ich bräuchte mal wieder neue räumchen so kann man nicht so da kommen wir mal hier was wir hier haben zumindest eine was ist denn hier das wäre zumindest ich komme ab hier aber wie komme ich an den turmen warte mal ich könnte da versuchen kann ich da mit die türen klettern das wäre zu krass oder das würde nicht gehen okay da könnte ich versuchen So, dann wäre ich zumindest mal, oh man hätte diesen Hauss, hätte er den Hausswichtspunkt, okay, das war er. Ich will auch nur einen Schuss, ich will auch einen Schuss, Turm ab! So. Haha, ich hab ihn! So, jetzt aber ein bisschen Ruhe, da ist ja eine Sache. So, warte mal, ist der... ja, der ist hier. Dann haben wir das auch. So, okay, nächster Punkt. Jetzt haben wir sechs. Und das war meiner Meinung nach gerade der schwierigste von denen. So, äh, da wäre noch einer. Und ganz oben an der Spitze wäre noch einer. Warte mal, ich muss gerade gucken. So, jetzt muss ich gerade gucken, man muss sich langen. Der ist da faule. Ich hab mich gerade so ein bisschen... Verdammt! ... 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 Ich hab nur noch eine einzige Dings hier, ne? Ich guck mal, die Gertrude hier oben. Ich hör sie nämlich. Ich weiß noch nicht, wo sie ist. Die ist bestimmt hier unten irgendwo. Bestimmt. Die ist bestimmt hier unten irgendwo. Da ist sie. Das war jetzt auch keine Absicht mit dem Scheiß-Kurier. Da ist sie hier. Ach, da ist sie. Nein, wer der auch Bock hat. Ja, der Kurier war natürlich jetzt... Den wollte ich jetzt eigentlich nicht twiggern. So, mir kommt es davor, als wäre es schon mal hier gewesen. Bin ich auch. So, jetzt gucken wir mal gerade nach. Da sind vier Stück. Wollen wir jetzt gerade nicht. Also diese komischen... Äh, die Rauchbomben sind sowas von nützlich auf jeden Fall. Da ist der Punkt. Genau. Das hier. Ah, geh doch da hoch! Geh doch da hoch, mein Freund. So, ein weiteres Fagment. Na gut, die Kämpfer haben jetzt ein bisschen aufgehalten. Das ist ein Kruppunkt. So, Tor Nummer... Also Nummer sieben. So, weitere Schnellreise. So, jetzt muss ich gerade gucken, äh, wo der letzte ist. Der ist nämlich hier unten. Also, gehen wir da hin. Haben wir da den anderen schon auf der anderen Seite? Ja, ne? Ne, warte mal. Ich gucke gerade, ob ich hier was reisen kann. Hier wäre der. Kann ich denn schon den Reisepunkt nehmen? Kann ich nicht. Da müssen wir uns den letzten Punkt holen. Wollen wir mal, wo ist denn der? Da vorne. So, wenn jetzt nicht der dramatisch dazwischenkommt, kriegen wir das auf jeden Fall in der Folge noch hin. Wir werden jetzt erst mal schauen, dass wir hier so weit wie möglich erst mal alles hinbekommen. Nein, Entschuldigung. Boah, das sind viele, ne? Wir sind ja so links, wenn wir uns das ein bisschen angucken. Okay, dann müssen wir es doch in der nächsten Folge machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann sehen wir uns, äh, ja, dann geht es weiter mit dem letzten Synchrofunkt und ein paar Nebenquests. Zumindest dieser hier, die ich gerade reingerutscht bin. Bis dann, tschüss. 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 Vielen Dank.